ah ja das ist uninteressant für mich hier doch ja nein 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 warum stelle ich einfach keine query hin und guck was kommt ja ich habe extra geguckt twilight query boom ja aber die bauen noch die blöcke neue blöcke oder hast du deinen kopf falsch an nein ist das center kupfer das ist kupfer sein dann nehme ich das oh mein gott körper körper ist oder ich muss sich auch mitnehmen ich brauche mehr viel habe ich fünf stück ok immerhin 1 2 3 ok na dann egal ist das kackeregen oder guck halt ob das regen ist der weh tut immer dass der regen so nerven muss wie hast du wieder regen an oder hast du nicht geschlafen er hat schon wieder angefangen ach so es regnet eigentlich schon wieder ganz zeit und ich kann nicht schlafen was zum kotzen ist was soll ich denn sagen die regen jetzt auch die ganze zeit hey ich habe einen diamant aufgehoben den erfolg bekommen die shimana die diamanten einfach fressen kennst du das dawn gebiet aus dem twilight ich glaube nö bin ich gerade und wer interessiert ist mich dich mich dich hop hop ach komm schon bis mich verarschen ja auch komm f*** dich ich will da hin was bist du denn geiles das ist zu wenig mana grad kann ich nicht abbauen das muss auch schneller gehen taunrose sterbe ich gleich so instant tot ja ja das war nicht so ne gute idee weiß er nicht vielleicht erstmal warten bis die mana muss fallen sind aua ja ich komm nach warten bis die mana puls voll sind redner nimmt man spark zack ok aua ich nehme da nur vier steck hop so na toll mon hey was nix was ace ist du mich an raufschmeißen zu kotzen nachkonflikte ich danke bin ich jetzt nichts zu haben für bin ich nichts zu haben für aber da fickt ich doch scheiße ich komme gar nicht mehr raus kaka weil ich die dornen nicht abbauen kann stein ja auch nicht mehr abbauen schlafen auch gedonnert bei dir bei dir auch oder was ja sehr ok hatten kack habe ja gar nicht dran gedacht jetzt habe ich nur eine chance einfach weitermachen nein ich habe kupfer bei mir noch beschissene mit der schmerzsacke geht das findest du efficient c3 und fortune 3 kann man ruhig ein paar blöcke abbauen nicht fliege jetzt lass mich dann nach oben welchen raben ach da ist ja hallo haben es geht bei euch denn ab hier ein lauschiges plätzchen das eischloss ist hier oben drauf ist klar kann ich töten wenn er nicht stehen wie viel man die fressen die sachen place what beziehungsweise in der blä salz die arschgang die mit umschießen hier kann ich da schon hin mach ist man das dann sucht wieder welche weiß ich nicht das größte wäre meine aus der truhe oder so das kriegst du vielleicht mal eine aus der truhe welche truhe also nicht irgendwo her eine truhe keine ahnung da vielleicht mal irgendwelche drin sind weil ich im toilet glaube ich nicht so du hast nicht vergiftet du hast du hast mich vergiftet am arsch hast du jetzt wurde gesagt ich brauche zwei stück dann kann ich den archmiet hebel ich weiß es nicht also ich kann dir schlechter weiterhelfen momentan das ist so scheiße ey ja dann kannst du ja gucken was schadebi tor gemacht hat wenn du sagst er hat welche dann musst du irgendwo her bekommen ja er hat eine mobfalle im nässer gebaut ja dann das nicht da kannst du doch besuchen place gekriegt hat keine ahnung also rein gehen kannst du du schwellst nicht mehr runter ja das wäre nicht das problem ja du 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 d du 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 Okay, da reicht es immer noch nicht rein. Was ist denn der Eingang von hier? Oder gibt es hier unten einen Eingang? Fragen über Fragen. Ich gehe erst mal zurück. Ist das recht immer noch nicht? Nö. Und die mich verarschen, die ganzen Manopulse sind schon wieder leer. Ich glaube, die wollen dich verarschen. Hm. Das glaube ich auch. Runter kommen ist irgendwie einfach vom Berg. Ich weiß auch gar nicht warum. Da krieg ich das noch nicht hin. Ich weiß auch gar nicht. noch drei herzen erst mal zurückfinden ich den weg einstieg ist schon richtig irgendwo in der richtung ist so hoch da weiterlaufen finde ich das schon f3 koordinaten okay die war das in rabenfeder und sie noch los das habe ich drüben was muss ich dann machen die feder habe ich dann und dann war sie nicht ich auch nicht da ist das portal weil danach habe ich keine ahnung das ist schon mal schön kommt hier rein dann wird ja noch ein küsse eingeschaltet das wo ich dich bin das ganze frauen kraft das wort ich musste spuren machen Pipi. Pipseln. Hä? Pipseln. Du musst pullern. Und jetzt? Und nun? Ich weiß, dass ich den Erfolg habe, aber... Twilight. Das tut mir leid. Jetzt kann ich hank den Naga, okay. I can see him, ja. Wie mach ich dir jetzt den magischen mit? Machst du die Naga grad gekillt? Nö. Ah, Blank Magic Map. Paper und die in der Mitte, alles klar. Paper, paper, paper. Paper, paper. Hier habe ich zweimal paper. Boah, mehr paper. Paper. Weil die Bücherkiste hat kein Paper mehr. Nee. Muss ich noch was herstellen. Ja. Paper. Ja. Man kann sogar die Hems Seeds erhöhen, aber das lohnt sich nicht für mich. Habe ich mal nachgeguckt. Da kriegst du nur die Strings raus. Okay. Und Strings sind ja ein bisschen AA. So AA wie du? Ja. So AA wie ich. Ja, so wie du. Wir müssen eigentlich jede Pflanze auf 10 machen, davon 9er Feld anbauen oder so und dann einfach Gas geben. Gas. Ja, ich frag dich erst, für was willst du Sugarcans noch benutzen? Also ich brauche welche. Ah, ich sehs gerade. Ja gut, kannst alles, na gut. Ich kanns auch noch nachher fermentieren. Seh ich gerade. So. Den Erfolg. I can see. Warum man immer die Erfolge erst später kriegt oder gar nicht. Ja. Erst gar nicht und dann kommen wir dann immer die Erfolge. Ach, das ist der Radius oder? Okay. So. Eine Twilight Map. Das ist schön. Na, 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 na. Ich hab schon einen Knall. So, ich werde einen kurzen Cut machen für kleine Kinder gehen, ZADOS macht weiter. Will ich hoffen. Nein. Okay. Und das ist kein Cut. Doch, ich mach einen Cut. Nein. Warum nicht? Darum. Darum. Nee, sag warum. Aufnahmepause. Jetzt Aufnahmepause machen? Ja. Können wir machen, kein Problem. Yo, dann würde ich sagen. Ich mach das hier gleich mal fertig und sagen wir bis zum nächsten Mal. Peter oder was weiß ich. Ciao, ciao. Tschüss.